Die Methode, die wir anwenden, heisst integriertes Vektormanagement. Wir stellen sicher, dass die Leute alle Komponenten der Krankheit kennen, denn nur eine einzelne Massnahme anzuwenden, bringt zu wenig. Nur ein ganzheitliches System besitzt den Feind und macht die Menschen wieder glücklich. Und wenn du den Feind, dann wird die Menschen nicht glücklich sein.